Servus Freunde und herzlich Willkommen zu einem kleinen Informationsvideos und erstmal frohes neues und viel Glück im neuen Jahr. Ich bin jetzt nicht gewohnt auf heute die Kamera zu sprechen und ich werde jetzt auch keine Kratzen machen, ich werde es nicht so professionell geschreit, weil ich bin Let's Player und kein Vlogger, wobei ich das auch schon gerne machen würde. Vielleicht mache ich da mal so einen zweiten Kanal, ich weiß es nicht, aber das ist nicht das Thema und zwar ist das fragt euch bestimmt, warum gab es in letzter Zeit keine Videos, ich meine fast einen Monat her, ich glaube vor einem Monat wurde auch das neue Kanal, äh ne, das YouTube Design eingeführt und ja, da hatte ich schon erstmal kein Bock, weil es mich abgefuckt hat, das hat mich einfach derbe abgefuckt und jetzt haben die das jetzt so gemacht, ich weiß auch, ob das bei euch auch so ist, vor allem wenn man jetzt auf YouTube geht, dann werden ja die Uploads angezeigt und ja direkt die Uploads und das ist eigentlich in Ordnung, wenn das jetzt bei jedem so ist und danach war ich noch lange krank, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und huste und so, deshalb kann ich nur nichts aufnehmen, weil das einfach, ja, unprofessionell wäre und ja, im Großen und Ganzen, ich zeige mich vor der Kamera, bin nicht so der Typ, habe ich euch vorhin erwähnt, ja keine Ahnung, aber egal, ja, ich könnte euch was machen, okay, ja, ich werde jetzt den nächsten Tagen anfangen, ich wollte eigentlich erst wieder anfangen, bis ich gutes Internet habe, mein Vater ist ein bisschen zu faul dafür, was heißt faul, er hat viel zu tun und sobald wie möglich, regele ich das dann noch und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen so, aber das wird jetzt nicht so problematisch sein, ähm, ja, es gibt auch ein bisschen viele von euch, die jetzt auf mich scheißen, sozusagen, weil ich ja langsam gemacht habe, aber soll vor allem, wenn ich ein gutes Internet habe, dann wird hier produziert, äh, was heißt produziert, ein bisschen geht nicht, ich mache auf jeden Fall ein neues Projekt, weil ich kann da ein bisschen parallel machen und, ja, was gibt es noch so zu sagen, ja, Livestreams werden auf jeden Fall kommen, aber dann in guter Qualität, HD, mit guter Internetleitung und ja, eigentlich war es das, das jetzt in meinen Videos kommen, Minecraft, neue Staffel, habe ich angefangen, Far Cry 3 wird auch dann weitergemacht, ja, das war es eigentlich, ich mache gucken, was ich dann noch für Projekte finde, voll viele, mein, ich soll mal machen, mal sehen, vielleicht sind da ein paar neue Maps draußen, kann ich dann wieder mit Facecam bringen, ich habe meine Haare nicht so gemacht, ich habe gedacht, was ist das für einer, wohl, das denkt ja auch so oder so, von daher, das ist eigentlich nicht so schlimm, ähm, ja, ja, dann würde ich mal sagen, haut rein, und teilt das Video, äh, freund, falls die mich auch abonniert haben und das nicht sehen, kann ja sein, gibt es ja ein paar von euch, und ja, haut rein, ich bin draußen, wir sehen uns an dem Let's Play, und ja, tschüss. Musik Metastik Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017